Business on Stuttgart, das Influencer-Portal im Bereich Business und Wirtschaft. Ihr seht es hier im Hintergrund, unser Logo. Deutschlandweit sind wir vertreten und arbeiten aber ganz, ganz extrem lokal und regional mit den Unternehmen in unserer Region. Zum Beispiel in der Region Stuttgart, gesamt natürlich auch Baden-Württemberg. Wir als Influencer-Portal stellen Menschen vor. Wir führen Interviews mit sehr, sehr interessanten Personen, die was zu sagen haben. Wir stellen Artikel online. Wir berichten über interessante Autos. Wir berichten über Golf-Ressorts, über tolle Familienhotels. Einfach über Themen, die den Menschen interessiert. Wir stellen Produkte vor, empfehlen Produkte. Also wir als Business on Stuttgart sind ein Influencer-Portal und arbeiten für Sie als Unternehmer, für Sie als Person, die wir in den Vordergrund stellen.